Dieses Musikstück heisst Stern vor meinem Zelt. Als ich diesen Titel gelesen habe, habe ich gedacht, es ist doch oft so. Wir würden gerne, wenn du mal im Zelt stehst, so ein kleiner Mensch und in den Himmel hoch schaust, dann merkst du, oh la la, da gibt es noch ein paar andere Dimensionen. Ich habe immer gemeint, nur gerade das, was ich sehe, ist Wirklichkeit, so ein Blick ins Firmament. Ich glaube, das kennt jeder, das ist ein Stück, wo du spürst. Ich glaube, es gibt Dinge, die ich noch nicht ganz alle erfasst habe. Und so ging es mir jetzt, als ich Ihren Vortrag gehört habe, da merke ich, oh la la, da gibt es, glaube ich, Dinge, die habe ich noch gar nicht so ganz erfasst. Das, was vor der Nase ist, sah ganz anders aus. Und darum würde ich gerne dieses Stück in diesem Sinne ansagen von Frank. Sie kommen jetzt gleich, genau, das ist unser Musiker. Du hast dieses Stück selber komponiert, warst mal im Zelt und hast das gesehen. Ich glaube, so ist das entstanden. Deine Flöte selber gebaut. Das ist auch so ein Musikstück. Sie stellen das jetzt gleich noch um. Stern von meinem Zelt in diesem Sinne, dass wir nochmals eingehen. Ich denke, das ist auch der Sinn der AZK. Ein bisschen über den eigenen Horizont hinausschauen. Stern von meinem Zelt. Gut. Es ist, glaube ich, die Zeit gerade überbrückt, dass wir mit der Musik nun gleich starten können. Du hast noch zwei Kollegen mitgebracht, Frank Backwill und sein Ensemble führen uns ein bisschen in andere Sphären. Schön, das freut uns. 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 Applaus Das freut uns. 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 Das freut uns.